Die ProWein ist zum einen die größte Weinmesse weltweit. Wenn Sie heute einen Eindruck von Portugal oder von portugiesischen Weinen gewinnen möchten, dann ist wahrscheinlich die ProWein die beste Gelegenheit dazu. Sie haben die größte Auswahl, sie haben die besten Minze hier und sie haben alle wichtigen Weine von Portugal hier, die Sie probieren können an einem Fleck, ohne dass Sie 100 Kilometer fahren müssen. Sie sehen an den vielen Hallen, was hier passiert ist, alleine Portugal nimmt so viel Raum ein und hat sich so vergrößert, dass es riesig Spaß macht, hier durchzulaufen. Wir haben viele Unternehmen in Perspektive, wir sehen viele neue, interessierte Leute in unseren Produkten und es ist eine Showcase für unsere neuen Weinen und eine Innovation, die wir in den Weinwelt bringen können. Von unserem Land und von unserer Firma in particular. Portugal als Land gibt es richtig Gas, also momentan. Weil das Wohl, außer Portwein, das natürlich überall bekannt ist, ein bisschen unterschätzt. Die Bandbreite ist unfassbar. Das ist Portugal, die Vielfältigkeit. Und das ist alles so schön gemacht. Die Präsentationen sind Hammer, die bringen auch wirklich Talent, die Weine zu moderieren und die wollen nur die Spitzenweine auch ausschenken. Das ist natürlich, was man nicht überall kriegt. Es ist heute Mode, Autochtones. Man will was Heimisches haben, man will Spezialitäten haben, man will was Typisches haben und da gibt es wahrscheinlich kein Land momentan, das mit so einem Angebot auftreten kann wie die Portugiesen. Und das merken die Portugiesen natürlich. Der Zulauf ist Wahnsinn. Die Winzerschaft hat sich völlig neu ausgerichtet und es gibt ein Angebot qualitativ, wahrscheinlich wie es aus Portugal noch nie gegeben hat. Heute suchen die Leute für verschiedene Dinge. Und das ist, was Portugal wirklich offert. Es ist unterschiedlich. Und diese Unterschiede ist heute sehr wichtig. Und ja, wir sind eigentlich beantwortet die Demand und der Markt wahrscheinlich nicht erwartet, aber es hat sich zu einem Punkt, wo die Unterschiede ist, und die Demandung ist. Wir fühlen glücklich und wir haben unsere Passion mit viel Freude. Also, ich denke, dass alle unsere Clienten, die hierher kommen, um das Wien zu essen, sie fühlen diese Energie, und sie wirklich kaufen mehr, ich denke. Sie sind vollständig, powerfull, für den Reden, und ich liebe es. Und die Leute aus Québec lieben es. Es ist ein Ort, wo wir uns alle unsere Importers treffen, und wir können neue Menschen finden. Wir müssen hier sein. Wir müssen hier sein. Vielen Dank.